Bei Herbst to Peel handelt es sich um eine erprobte, natürliche Methode zur Korrektur und Regeneration der Haut. Die Kräuter werden in Kombination mit speziell auch auf Naturbasis entwickelten Präparaten in die Haut einmassiert. Die aktiven Substanzen gelangen in die tiefer gelegenen Hautschichten und entfalten dort ihre regenerative Wirkung. Die Intensivierung der Durchblutung führt zur Aktivierung des Hautstoffwechsels und Entschlackung der Haut. Die Sauerstoffversorgung der Zellen wird verbessert. Die Entfernung der obersten Hautschichten durch kräutereigene Partikel regt die Wachstumszone der Haut zur Zellenneubildung an. Das sichtbare Ergebnis ist eine frische, stark regenerierte und verjüngte Haut.